Hallo, ich begrüße euch zu einem Erfahrungsbericht und zwar heute zu Reisestativen. Einerseits das Manfrotto B3 und das Rollei Traveller No. 1, beide in der leichten Carbon-Version. Und ich möchte euch berichten, mit welchem Stativ ich bevorzugt arbeite, was die Vor- und Nachteile sind und zum Abschluss noch ein bisschen fotografischer Workflow, den ich euch empfehle und insbesondere gilt er für die Arbeit mit Stativen. Also, bleibt dran! Ja, kommen wir als erstes zum Manfrotto. Das Manfrotto wiegt 1,1 Kilo und es hat eine Länge für einen Transport von 40 Zentimetern. Beide Stative haben eine Auszugslänge, eine maximale von 1,42 und ja, im Vergleich, das Manfrotto ist etwas schwerer und im Transportzustand etwas größer. Etwas lieber habe ich den Schnellverschluss bei Manfrotto. Den empfinde ich als etwas sicherer. Der ist ein bisschen besser abgesichert gegen versehentliches Öffnen und dass sich dort die Kamera löst. Da ist noch eine Sicherung dabei. Finde ich ein bisschen besseres System. Ich selbst habe an meinen Kameras einen Adapter, der sowohl für das AK-Swiss-System passt, als auch hier für die kleinen Manfrotto-Stativköpfe. Ja, hier das etwas leichtere. 980 Gramm schwere und nur 33 Zentimeter lange Rollei-Stativ. Wie gesagt, beide in der Carbon-Version. Hat dieselbe Auszugshöhe von 1,42 maximal. Sie unterscheiden sich relativ gravierend, zumindest was die Herstellerangaben anbelangt, was die Traglast anbelangt. Das Manfrotto soll nur 4 Kilo tragen können und angeblich das Rollei 8 Kilo. Das ist das Doppelte. Aber in der Praxis würde ich sagen, ist Manfrotto etwas konservativer mit den Angaben und Rollei relativ mutig. Ja, jetzt kommen wir zur Handhabung nach den technischen Daten. Die sind alle so in so einem zusammengeklappten Zustand über die Mittelsäule. Und hier gibt es jetzt solche Arretierungen bei Manfrotto. Und die kann man auch in zwei Stellungen die Beine weiter spreizen. Das ist von der Handhabung ein bisschen schwieriger, wenn ich mir hier das Manfrotto-System, das Rollei-System anschaue. Dann habe ich hier einfach so Knöpfe und kann hier in mehreren Stufen die arretieren lassen. Das ist etwas leichter in der Handhabung, ein bisschen angenehmer. Aber kein Grund, sich da bei der Kaufentscheidung deswegen beeinflussen zu lassen. Auch das Ausziehen ist bei beiden gleich. Das ist absolute Geschmackssache. Diese Clips hier lassen sich genauso gut bedienen wie diese Schraubverschlüsse. Da das Rollei ein bisschen kleiner ist, hat es hier vier Auszugselemente, während das Manfrotto nur drei hat. Ja, und oben der AK-Swiss-Adapter. Die Stativköpfe hier, die Kugelköpfe, die nehmen sich auch nicht. Sie sind beide gleich gut. Das Rollei hat noch die Möglichkeit, hier ein Gewicht dran zu hängen. Also ist noch weiter zu beschweren. Möglicherweise kommt daher auch die 8 Kilo Traglast. Dadurch wird es natürlich noch wesentlich stabiler. Da könnt ihr eure Fototasche dran hängen und dann steht das relativ gut. Und beim Manfrotto kann man sich aber behelfen. Ihr könnt hier einfach was drüber hängen, dann wird es auch stabiler. Ja, eins sei vielleicht noch erwähnt, aber das ist ja auch nur eine theoretische Möglichkeit aus meiner Sicht. Ihr könnt hier die Mittelsäule abschrauben und noch mit einem Bein verbinden. Und dadurch entsteht ein sehr, sehr kleines Einbeinstativ. Also wenn ich das benutze, da kriege ich Rückenschmerzen. Aus meiner Sicht nicht wirklich eine praktikable Lösung, aber vielleicht mal eine Notlösung. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich persönlich habe auf Flugreisen etc. in der Regel das Rollei dabei. Aber das liegt eigentlich nur daran, dass es kleiner ist und dass es in meine Fototasche passt. Und sonst ist es natürlich auch ein bisschen leichter, das ist ein glitzekleiner Vorteil. Aber für mich ist eigentlich entscheidend diese Größe. Und wenn ich im Flieger bin, wenn ich unterwegs bin, dann hat das echt ein optimales Maß, um es gut zu transportieren. Und in der Handhabung, in der Praxis unterscheiden sie sich nicht groß. Und das könnt ihr genauso gut verwenden. Und diese paar Zentimeter, die spielen halt in meiner Fototasche eine Rolle. Und das zeige ich euch kurz. Wenn ich hier das 70-200 zu Hause lasse, dann kann ich an der Stelle super das Rollei unterbringen. Und so habe ich im Flugzeug ein völlig geschlossenes System. Meine Tasche ist sozusagen nicht, da bleibe ich nirgendwo hängen, da baumelt nichts rum. Und ich habe sonst nicht noch zusätzlichen Teil mit. Und das finde ich sehr, sehr vorteilhaft. Und deswegen ist bei mir sehr oft das Rollei dabei. Und ich lasse das 70-200 zu Hause und nehme das Nikon 300 Blende 4 PF. Das mit der Fresenell-Linse mit. Dazu werde ich euch mal ein gesondertes Video machen. Das ist leichter, kompakter als das 70-200-2.8. Und dafür nehme ich lieber dieses Stativ mit. Aber ich hatte dieses Jahr wirklich eine schöne Landschaftssituation. Wollte eine Langzeitbelichtung am Meer machen, sodass die Wellen verschwimmen. Und es war starker Wind. Ich hatte die D5 drauf. Und die Aufnahmen sind nichts geworden, weil das Stativ zu leicht war und weil es einfach gewackelt hat. Also, das müsst ihr wissen. Diese Leichtstative, die sind nur bedingt für jede Aufnahmesituation geeignet. So, das war es erstmal. Jetzt kommt noch der Tipp fotografischer Workflow und die Arbeit mit solchen Stativen. Ja, als erstes nochmal der Sicherheitshinweis. Denkt da dran, das ist eine äußerst leichte, labile Sache. Wenn ihr da eine Kamera drauf habt, eventuell sogar mit dem Ausladen, dem Zoom oder Teleobjektiv, müsst ihr wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, dass da euer Stativ nicht ins Ungleichgewicht kommt. Ihr wisst, was ich meine. Ja, jetzt als erstes der Tipp, wie ihr mit dem Stativ arbeitet. Zuerst nutzt ihr immer die dicken Anteile der Beine. Und dann erst die dünnen Streben. Und wenn ihr das habt und ihr braucht, und ihr habt schon alle Beine ausgezogen und ihr braucht noch mehr Höhe, dann kommt ihr nicht drum rum, auch noch die Mittelsäule zu verlängern. Das ist aber sozusagen die Ultima Ratio, weil das macht das System insgesamt noch wesentlich instabiler. Also, vom Dicken zum Dünnen und dann die Mittelsäule. Jetzt zum fotografischen Workflow. Erst das Motiv. Erst schaut ihr, was möchte ich fotografieren. Ihr analysiert das Motiv. Und dann erst überlegt ihr euch, mit welcher Kameraposition kann ich noch einen Vordergrund ins Bild mitrücken, kann ich das Bild interessanter machen. Ihr legt euch vielleicht auf den Boden oder ihr sucht eine ganz besondere Kameraposition, die genau gut zum Motiv passt und die noch ein weiteres kreatives Element mit einbringt. Und diese beiden Schritte an den Anfang zu stellen, ist gerade auch bei der Arbeit mit Stativen wichtig. Und dann denkt ihr über die Blende nach, passend zum Motiv, beeinflusst damit die Tiefenschärfe, dann die Verschlusszeit und wenn das System nicht zusammenpasst, dann arbeitet ihr noch mit ISO und dann schaut ihr, dass die notwendige Verschlusszeit, die ihr braucht, zu der gewählten Blende passt und dazu nutzt ihr ISO. Sicherlich gibt es auch fotografische Situationen, Bewegungen oder bei Langzeitbelichtungen. Da ist in dem Workflow immer schon der Gedanke an die Verschlusszeit, der spielt da mit. Aber ich persönlich empfehle, gerade wenn man nicht ganz so routiniert ist, empfehle ich trotzdem immer erst die Blende zu definieren in der manuellen Arbeit, weil das einen starken Einfluss auf das Motiv hat. Also auch selbst wenn ihr ein Porträtshooting macht, ein Hochzeitsshooting etc., da ist die Blende immer entscheidend, weil die Tiefenschärfe, das ist der wichtige gestaltende Faktor. Und auch wenn die Verschlusszeit notwendig ist, um Bewegung einzufrieren oder das Gegenteil zu erreichen, auch, es bleibt dabei, die Blende ist wichtig, deswegen empfehle ich euch, ganz strikt nach diesem Workflow vorzugehen. Und dann habt ihr zu Beginn, habt ihr euch euer Motiv ausgewählt und analysiert, ihr habt eine Kameraposition gewählt und dann baut ihr das Stativ auf und passt das an die gewählte Kameraposition an. Weil, ich kenne es selber von mir, Stativ aufgebaut, Kamera drauf, angehoben, rumgerannt, hingestellt, fotografiert und dann vergisst man es, die ziemlich entscheidende Komponente, nämlich aus welcher Position fotografiere ich, das vergisst man zu variieren und in das Bildkonzept mit zu integrieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, euch nützen die Tipps und es ist eine Unterstützung bei eurer Kaufentscheidung, welches ihr von den beiden Stativen euch aussucht. Vielleicht spielt auch der Preis eine Rolle, ich weiß gar nicht mehr so genau. Dann könnt ihr letztlich beide auswählen, sind beides sehr, sehr gute Reisestative, die sehr, sehr gut funktionieren. Und ich habe einen kleinen Hang zum Rollei, das habt ihr heute mitbekommen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, teilt das Video mit Freunden, informiert auch die über diese beiden Reisestative, indem ihr den Link zu dem Video weiterleitet und abonniert meinen Kanal, wenn ihr informiert sein wollt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald. Ja, vielen Dank.